Brüder und Schwestern in Christus, die heutige Liturgie versetzt uns in die Zeit vor der Hinrichtung Jesu. Also der einleitende Satz des heutigen Evangeliums erzählt davon, dass Judas beim letzten Arbeitmal hinausgegangen ist. Also schon nachdem er Jesus verraten hat, ihn eigentlich schon ausgeliefert hat, nachdem es offenbar wurde, wenigstens für Jesus und für Judas, dass sie davon wussten, geht er hinaus. Und was danach Jesus sagt, ist ein bisschen ominös, ein bisschen mysteriös, nicht wirklich verständlich. Da ist die Rede von der Verherrlichung. Nachdem Judas hinausgegangen ist, sagte Jesus, dass der Menschensohn jetzt verherrlicht ist. Das kann zweierlei bedeuten, einerseits ohne großen Zusammenhang zu dem, zu Judas gemacht hat. Es ist einfach die Zeit gekommen, wo Jesus verherrlicht wird. Oder es bedeutet, dass eben dieser Verrat des Judas etwas mit der Verherrlichung Jesu zu tun hat. Und für mich ist es persönlich wichtig, genau hinzuschauen, worum es da geht. Wie ist es möglich, dass der Verrat des Judas zur Verherrlichung Jesu beiträgt oder sogar die Verherrlichung selbst ist. Erstens ist es für mich immer wichtig, mir das in Erinnerung zu rufen, dass Gott einer ist, dem wir nichts anhaben können. Ich habe das in meinem Leben früher ein bisschen anders gesehen, dass ich Gott beeindrucken könnte durch das, was ich tue, was ich schaffe. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich eingestehen muss, ich kann Gott nicht beeindrucken. Ich habe einen guten Freund, der ist lange Jahre Pfarrer gewesen eigentlich. Und er hat jetzt einen Nervenzusammenbruch erlitten. Aus einem Grund war er alles, weil er alles alleine machen wollte. Nicht, dass er seine Pfarrgemeinde nicht eingebunden hat, aber schlicht und einfach, ich glaube, dass in ihm dieses Vertrauen auf das Wirken Gottes ein bisschen zu klein war. Dass er etwas alles schaffen muss, dass er dafür sorgen muss, dass das Reich Gottes in seiner Pfarre verkündet wird. Eine andere Sache ist, dafür zu sorgen, dass seine Pfarre funktioniert. Aber diese Verkündigung des Reiches Gottes, das ist eigentlich die Sache des Heiligen Geistes. Wir sind manchmal nützliche Helfer, manchmal nicht so nützliche Helfer. Aber so viel mit mir und dir hat das nichts zu tun. Wenn ich mich engagiere bei diesem Werk, nützt es vor allem mir und nicht wirklich den Menschen. Wenn etwas Gutes geschieht, ist es ein Werk Gottes. Also dessen muss man sich bewusst sein, wenn man dieses Evangelium liest, dass unser Tun Gott sozusagen ein bisschen kalt lässt. Das ist plump ausgedrückt und nicht wirklich theologisch korrekt. Aber man kann es so auf den Punkt bringen. Nichts, was du tun kannst, könnte Gott beeindrucken. Und so gesehen ist dieser Verrat des Juras vor allem eine Katastrophe für ihn selbst, nicht für Jesus. Für Jesus war es ein freier Entschluss, dass er diesen Weg gegangen ist. Dieser Entschluss ist im Garten Gethsemane gefangen. Aber warum ist dann dieser Verrat des Judas eine Verherrlichung Gottes? Das ist eine gute Frage. Warum schreibt Johannes solche Worte, dass eben durch diesen Verrat Jesus verherrlicht wird? Aus seinem einfachen Grund, den ich schon genannt habe, Jesus hat sich entschlossen, diesen Weg zu gehen. Und alles, was dazu beigetragen hat, dass er diesen Weg gehen konnte, trägt der Verherrlichung des Sohnes Gottes bei. Ich habe gestern ein Märchen gehört, das möchte ich euch auch erzählen, weil das irgendwie passt zu diesem Evangelium. Es gab in einem Land einen König. Und dieser König war ein guter König. Er besaß sehr viele Dinge, unter anderem einen wunderschönen Rubinstein. Er war der Größte in der ganzen Welt, ganz berühmt. Und das war auch der Schönste, den man zu sehen bekommen könnte. Und er zeigte ihn gerne auch vielen Leuten. Viele kamen aus weiten Ländern zu ihm, um sich diesen Stein anzuschauen. Und der König hatte auch solches Ritual entwickelt, dass er jeden Morgen, wenn er aufgestanden ist, auf der Morgentoilette, hat er Kaffee mitgenommen und ist zu diesem Rubinstein gekommen. Er hat gegrüßt und sich angeschaut und wollte einfach sich an seiner Schönheit erfreuen. Eines Tages bemerkte er aber in der Früh, dass da was nicht stimmt. Er hat ganz genau hingeschaut, was los ist. Er hat auf diesem Rubinstein einen Kratzer entdeckt oder einen Riss, konnte er nicht genau sagen. Ganz voller Panik hat er seine besten Juweläre gerufen und hat um Rat gebeten. Niemand wusste, woher das gekommen ist. Niemand wusste auch, was man damit machen könnte. Er hat dann sogar irgendwelche Priester geholt, Zauberer und viele Fachleute. Niemand konnte ihm erklären, wie es dazu gekommen ist, dass dieser Kratzer auf diesem Rubinstein entstanden ist. Niemand konnte ihm einen Ratschlag geben, wie man den Rubinstein wieder heil macht. Aber einer der Priester hat ihm gesagt, da in meinem fernen Land gibt es den besten Juwelär der Welt. Der König ließ ihn holen und dieser Juwelär war ganz anders, als er sich das erwartet hat. Es war ein alter Mann mit so längeren Haaren, mit einem zersausten Bart. Seine Klamotten waren auch nicht unbedingt die besten und gerochen hat er auch nicht so gut. Aber der König hat sich gedacht, naja, was soll's. Er ist schon da, Fragen kostet nichts. Er hat ihn gefragt, was er mit diesem Rubinstein machen könnte, was dieser Kratzer zu bedeuten hat, was dieser Riss in diesem Stein zu bedeuten hat. Es war ein Makel. Der Juwelär hat sich zurückgezogen mit dem Rubin und hat sich ihn angeschaut. Nach einiger Zeit kam er wieder zum König und sagte ihm, Guter König, ich kann nicht sagen, wie es dazu gekommen ist, dass da dieser Riss entstanden ist, einem Stein. Und leider Gottes kann ich dir auch nicht dazu verhelfen, dass dieser Stein so wird, wie er früher war. Aber ich kann dir etwas vorschlagen. Ich kann diesen Stein schöner machen, als er je zuvor war. Der König hat nicht lange überlegt und gesagt, naja, mach es. Er hat sich wieder zurückgezogen, wie er uns, hat da irgendwas gewerkelt. Am nächsten Tag brachte er diesen Rubinstein zum König. Und als der König ihn erblickte, leuchtete wieder sein Gesicht. Er war glücklich. Der Stein war noch schöner, als er zuvor gewesen ist. Und was dieser Juwelär gemacht hat, er hat einfach in diesem Stein eine wunderschöne Rose eingeritzt. Und der Stil von der Rose war dieser Riss, der entstanden ist. Und das ist oft so, wenn wir, also wenn ich in meinem Nachfolge irgendwas sehe, was nicht passt in diese Nachfolge. Klar, es ist manchmal Sünde, manchmal ist es was Schlimmes, manchmal ist es nur ein Fehler, den man macht. Aber Gott ist mächtiger als unsere Fehler und er ist der beste Juwelär, den es gibt. Er kann aus deinem Fehler diese schönste Rose der Welt machen, die dein Leben noch mehr leuchten lässt, als du es je vermuten würdest. Und so ist dieses Evangelium für mich eine Erinnerung daran, dass Gott einer ist, der sich von der Sünde, von unseren Fehlern nicht beeindrucken lässt. Und er ist sogar noch mehr. Dadurch, dass er aus diesen Fehlern, die wir in unserem Leben machen, Gutes hervorbringen kann und das tut, manchmal ohne, dass wir es wissen, trägt er, also wird er verherrlicht. Und die Herrlichkeit Gottes ist etwas, was vielleicht nicht so präsent ist in unseren Nachfolge, aber das ist eigentlich das, was ich als Kind gelernt habe, warum wir Menschen überhaupt leben. Wir Menschen leben zur Verherrlichung Gottes. Das war so ein Katalog von sechs Glaubenswahrheiten und das war, glaube ich, die erste. Der Mensch ist erschaffen zum Lobe Gottes oder so, hieß es. Ich weiß nicht ganz genau. Es ist schon eine Wahrheit und die kommt nicht von ungefähr, sondern aus der Bibel. Und mach dir nichts vor. Dein Leben wird immer wieder hier und dort Risse oder Kratzer bekommen. Aber Gott kann daraus etwas Wunderschönes machen, auch wenn wir es manchmal nicht glauben. Und aus dem Verrat des Judas ist die Erlösung für die ganze Welt entstanden, auch wenn es vielleicht nicht die beste Lösung war für den Judas. Aber Gott kann es. Gott kann aus unserem Leben etwas Wunderschönes machen. Und das feiern wir in diesen acht Wochen, fast acht Wochen nach der Auferstehung Christi. Also acht Wochen lang wird die Osterzeit dauern. Und dazu möchte ich euch auch einladen. Euch nicht davon beirren lassen, dass hier und dort in deinem Leben vielleicht etwas nicht funktioniert oder im Leben deiner Nachbarn oder in deiner Familie etwas falsch gelaufen ist. Gott kann daraus etwas Schönes machen. Er ist mächtiger als unsere Sünden. Er ist mächtiger als unsere Fehler. ados noch Apulsionsales. Das war die Osterzeit. Das war die Osterzeit. Das war die Oste nahe initially. Vielen Dank.